... ... ... Wir kommen also zum letzten Programmpunkt. Einen Tanz zu einem nepalesischen Lied. Es geht um eine entscheidende Beziehung. Sie will Schluss machen, die Erwürfte vor. Sie sind ständig hintergangen, aber Sie denken auch zum Glück an Ihre ersten Begegnungen, die die völlig übergreifenden Musik 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 Mit dem unbedingt Applaus für die Hauptsitzung, der gerne im Ex-Programm. Armin Langsahl. Sanofo. Irina Steipinger. Kostanze-Boll. Philipp G. Stoffelkabel. Applaus Bravo! Applaus Applaus Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.